Was ist Digitalisierung? Frau Bundesministerin, Digitalisierung ist erstmal nichts. Das ist einfach nur ein Was-Word und ich kann damit als engagierter Wissensklauer eigentlich nicht so viel anfangen. Wenn man Digitalisierung aber als einen Prozess, als Transformation begreifen will, dann ist Digitalisierung für mich die aktive Auseinandersetzung mit Hochschulbildung im digitalen Zeitalter, es ist die Auseinandersetzung mit unserer Arbeitswelt der Zukunft, es ist die Auseinandersetzung damit, wie eigentlich unser Leben heutzutage gestaltet ist, wenn digitale Medien zur Realität in jeder Sekunde in unserem Leben werden. Und für Sie? Ich habe jetzt mehr verstanden.